Hi, hi! Heute mal im Sitzen. In der Regel ist es so, wenn ich etwas vertonen muss, also jetzt egal ob im Film, Werbung, TV, Imagebereich, ist es in der Regel so, dass ich eigentlich immer das Filmmaterial nachträglich bekomme und dann anfange dazu zu vertonen. Es gibt aber zum Beispiel jetzt in Hollywood eine neue Herangehensweise, was heißt neu, es ist schon mehrere Jahre alt, dass der Regisseur mit dem Komponisten vorab diverse Gespräche führt, über die Stimmung des Films, über den Stil des Films und der Komponist dann zuerst die Musik komponiert als Inspiration. Ja, wie funktioniert so etwas? Ich habe keine Ahnung. Nee, Quatsch. Selbstverständlich habe ich Ahnung. Ich hatte letzte Woche so eine Anfrage. Ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, so einen Clip zu vertonen, in dem genau so etwas gefragt wäre. Also wir kamen halt dann im Laufe des Gesprächs auf dieses Thema zu sprechen. Dann hat mir der Regisseur diesen Clip quasi erzählt, in welche Richtung er gehen soll, welche Stimmung das er erzeugen möchte. Und ich habe ihm dann einfach vorgeschlagen, weißt du was, ich komponiere das jetzt einfach mal vorab. Du erzählst mir jetzt einfach, um was es geht, wo was dramaturgisch passiert. Und ich baue dir so ein Stück, was heißt, ich baue, ich komponiere dir so ein Stück custom-made zusammen. Ich bin heute gerade fertig geworden und ich schicke es ihm auch gleich zu, damit er es rechtzeitig für seine Dreharbeiten jetzt kommenden Freitag zur Verfügung hat. Ziel des Ganzen ist es eigentlich, neue kreative Wege, inspirative Wege zu finden, weil auch Regisseure brauchen Input vorab. Man hat zwar so eine Vision, wie etwas wirken könnte, wie man etwas drehen will, aber wenn du die passende Musik vorab schon dazu hast, dann übernimmst du diese Stimmung. Eben die Stimmung, die Emotion, die Kamerafahrten, die Geschwindigkeit, Licht, all das spielt mit ein. Und wenn du natürlich, was auch viele Regisseure machen, diese Musik dann auch noch deinen Protagonisten zum Anhören gibst, dann kommen die auch nochmal in diese Stimmung. Entsprechend cool, homogen wird dann dieses Ergebnis. Genau das machen wir diese Woche. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde euch definitiv in den nächsten ein, zwei Wochen auf dem Laufen halten. Wir werden das dann analysieren. gemeinsam, welche Vorteile das es gab und was man unbedingt vermeiden sollte, denn das hat jetzt auch noch keiner von uns auf dem Schirm, dass ich die Musik selbstverständlich, nachdem die Dreharbeiten beendet sind, noch nachjustieren muss. Das nennt man dann Postproduktion. Das ist ganz klar. Aber das sind dann hoffentlich dann Nuancen, um diesen Film dann wirklich so richtig schön rund zu bekommen. Ich freue mich tierisch darauf und ich bin wahnsinnig stolz auf diesen Kerl, dass er den Mut hat, die Courage hat, das Vertrauen hat. Sich auf so etwas einzulassen, setzt natürlich voraus, dass du entsprechend gute Leute hast. In dem Fall guten Komponisten. Okay, das waren jetzt fünf Sekunden Self-Promotion. Und naja, und jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, dass das Wetter bald besser wird und wir uns demnächst wiedersehen. Bye-bye. Cheers.